Jo Leute, euch Tobi hier am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Far Cry 4 und ihr seht, ich habe es endlich hingekriegt, die Schatten sind weg, bin ich echt froh drüber, ich musste einiges umstellen, ich weiß nicht, wo, wow, ich weiß nicht woran es liegt, ich war hier die ganze Zeit in dem Grafikmenü und es funktioniert, sobald ich hier auf Normal stelle, also hier auf Normal stelle, und dann das hier alles selber anpasse, dann funktioniert es, aber ansonsten, so, das hier nochmal ganz kurz anwenden, aber ansonsten funktioniert es halt nicht, dann sind die Schatten halt da und ich finde es halt ein bisschen schade an sich, so, meine FPS gehen gerade ein bisschen runter, könnte sein, dass es daran liegt, wegen der Umseh, Unschärfe und sowas, keine Ahnung, auf jeden Fall gehen wir jetzt hier erstmal runter, weil wir den Außenposten ja befreien, so, äh, weil wir den Außenposten befreien wollten, okay, ich weiß gar nicht, was hier alles noch im Hintergrund läuft, ich sollte eigentlich nicht so viel sein, also, so, ich mache mir ganz kurz hier ein bisschen Platz, hier fliegt einiges rum, also, Kabel und Gedönse, ich lege ganz kurz meine Hand unter das Kabel, damit es mich nicht so stört, Okay, und wir betreten die Sperrzone Und es brennt Okay, Außenposten Du erkennst feindliche Außenposten leicht an den, äh, an den weithin sichtbaren schwarzen Rauchsäulen in der Spielwelt Befreist du einen Außenposten ohne Alarm auszulösen oder entdeckt zu werden, erhältst du einen zusätzlichen EP-Bonus Jeder befreite Außenposten schaltet eine neue Unterschlupf zu deiner, ähm, einen neuen Unterschlupf und eine neue Aufgabe frei Okay Ich mache mal ganz kurz hier die Umseh-Unschärfe aus Ähm, Bewegungs-Unschärfe oder wie das Ding heißt So, ja, den letzten Part musste ich ja leider nachsynchronisieren Okay Ja, den musste ich ja leider nachsynchronisieren, war nicht so cool gelaufen, irgendwie meinte mein Achtung, ich gucke mal was bis hier in den Busch rein Irgendwie meinte mein, äh, mein, mein Outer City Tja, Kumpel, ich nehme das nicht auf, kannst du vergessen Mal ganz kurz gucken, wie wir denn hier am intelligentesten rauskommen Also, zur Not habe ich die Schrot dabei, aber ich versuche das jetzt am liebsten Unentdeckt So, Messerchen sind da So, markiert Komm her, Kumpel So, okay, ich muss mal ganz kurz das Mikrofon ein bisschen bewegen Ich habe hier so ein bisschen umgebaut und Ja, doch, hier ist was Was ist das bloß? Das hier ist nichts Komm einfach her Am liebsten nehme ich ja jetzt die Armbrust oder den Bogen, das wäre ziemlich nice Ich muss echt ruhig bleiben Junge Ich isse doch nicht Ich werde dich umbringen Nein, wirst du nicht, hier ist niemand Okay, das war nicht so, wie es laufen sollte Hilfe, 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 Hilfe Okay, dann machen wir das jetzt so Dass wir da einfach mit der Schrot einmal durchrennen Okay, und heilen Der Elefant, okay Ich probiere das Ah, Alter Bah Kann ich eben auf der 4 Auf der 4 auf Nein, kann ich nicht, okay Ich kann nicht aufsteigen, nachladen Wo sind denn die Säcke hier? Okay, einmal ganz gut heilen Wenigstens ist es hier nicht mehr so dunkel, das gefällt mir schon mal sehr gut Alter, der Elefant, der räumt ja richtig auf hier Wer scheint verbrannt zu sein Na gut Und Außenposten befreit Leider kein EP-Bonus Kilana-Bazaar Ach, der Kilana-Bazaar, ja gut Kilana-Bazaar ist ein neues Fremdwort für mich So Ich mach mal ganz kurz Äh Bisschen gemütlicher hinsetzen, ja So Geiseln Deine Mutter wusste genau, was passieren würde, sobald du in Kürat auftauchst Der Sohn des Mohan Gail kommt in sein vom Krieg zerrissenes Heimatland zurück Ishwari war eine kluge Frau Dass du hier bist Und uns hilfst Ist kein Zufall Bleib bei uns, AJ Schließ dich dem goldenen Pfad an Und ich verspreche dir, dass du den letzten Wunsch deiner Mutter erfüllst Ob er nun darin bestand, ihre Asche zu verstreuen Oder etwas Großes zu erreichen Haben meine Eltern wirklich den goldenen Pfad gegründet? Oh ja Ihr Ziel war es, Kürat von Pagan Min zu befreien Jetzt hast du die Chance, uns zu helfen und zu Ende zu bringen, was sie begann Also Denk darüber nach, AJ Tja, Mom Sieht aus, als würde ich bleiben Akt 1 Beendet Okay, sieht wohl so aus, als ob wir hier in Kürat bleiben würden Einmal ganz kurz, ja Koop-Modus spielen Können wir uns mal später angucken Ich komme euch mal ganz kurz um die Fähigkeiten Wir haben jetzt 4 Fähigkeiten-Punkte Starte beim F-Takedown einen Gegner Takedown auf einen Gegner Und drücke rechte Maustaste Um eine Waffe zu nehmen Und andere mit Linker Maustaste abzuschießen So, ja Was ist das denn hier? Ich weiß nicht Also irgendwie, ich möchte lieber Die Geschwindigkeit, mit der du Dinge reparierst, wird deutlich erhöht Ne, freu ich nicht Na, Blätter E halten, um auf Elefanten zu reiten Stürme mit einem Elefanten los und zerschmettere Gegner Ja, machen wir das doch mal Die anderen Punkte spare ich mir Mit dem Elefanten schmettern Elefanten reiten E halten, um auf einen Elefanten aufzusitzen Oder von ihm abzusteigen Drücke Shift, um loszustürmen Und ein Objekt zu zerstören Drücke F, um Gegner zu zerschmettern Oder zu werfen Oder um einen Elefanten in der Nähe anzulocken Okay F Hier sieht's Wow Alter, wo kommt der Schuss denn her? Alter, habe ich mich erschreckt Sollen wir mal ganz kurz nachladen Haben nur noch einen Schuss in In der Flinte Ne, war ganz so cool Aber Ich geh mal ganz kurz hier hin Und zwar Sammlung war das doch Beutetasche Ich müsste mal irgendwie gucken Wie wir dann hier wegkommen Karma Per Ende Karma Ereignisse Oder Dreher Minimum Äh, ne Meinmühlen Um Karma zu erhalten Erhöhe dein Karma Level Um Schützenhilfe Upgrades zu erhalten Erreiche höhere Karma Level Um an Handelsposten Preisnachläge Äh, Nachschläge Nachlässe zu erhalten Alter Meine Güte Da oben sind's Okay Für den König Für den A für den König So und Zack Ein schöner Takedown Ende Im Gelände So Mehr Karma erhalten Ich schau mal ganz kurz hoch Da oben ist die Karte Also Ich würde Sehr gerne Was haben wir hier Da ist ne Farm Da müssen wir glaube ich hin Ähm Ich würde sehr gerne Nochmal was verkaufen Das heißt Schnellreise zu diesem Ort Ja, Perfekto Perfekto Äh, weil ich möchte gerne nochmal was verkaufen Craften können wir leider noch keine neue Waffentasche Finde ich ziemlich schade Aber, ah, ihr seht es Endlich Licht Endlich komme ich klar mit diesem Zeug hier Es ist nicht mehr so dunkel Alter Das ist so geil Schrotflinte kostet 11.000 Die nachzufällen So Kriegen wir eine Sniper Nein, bekommen wir nicht Doch, wir könnten hier die SVD kaufen Aber Ich finde Sniper persönlich ja ziemlich cool Aber ich weiß nicht Also lohnt sich das ne SVD zu kaufen Hm Ich würde ja lieber gerne die hier haben Mehr Kampagnenmissionen Oder befreie 6 Glockentürme Um sie kostenlos zu erhalten Ja gut, ich würde sagen Ich muss mal ganz kurz schauen Und zwar War die Waffe Ja Waffen da Der Bogen hier Den haben wir ja Ich nehme mir nochmal den Bogen mit Ja Ausrüsten Den Rest machen wir dann später Munition haben wir Ich hoffe wir haben Munition Okay, Munition ist voll Ja, komm, da unten ist zurück Okay, und Wir gehen raus hier Endlich haben wir Licht Endlich können wir Banapur Da bedarf es schon mehr Um uns zu besiegen Mal in all seiner Ah In seiner Pracht sehen So, ich Ganz kurz, ganz vergessen Ich muss Ich gehe mal zu dem Händler da unten Morgen Ja, und zwar möchte ich verkaufen Für 43.000 kann ich hier verkaufen Aber ich brauche ja das Tibet-Wolfsfell Das heißt Ich verkaufe das hier Ich verkaufe Das hier Ich verkaufe das hier Tibet-Wolfsfell brauche ich Lötkolben braucht keiner Hochzeitsfotos braucht keiner Eine Affenfote braucht keiner Ein Voltmeter braucht keiner Plastikelefant braucht keiner Opiumkugel braucht keiner Ansonsten Eine Visitenkarte Ein Kaugummi Scheiß auf Kaugummis Ein Göffel, Alter Was ist ein Göffel? Ich weiß das nicht Was ist ein Göffel? Natürlich will die Armee Zerstören So Ähm Eine Sekunde Okay Wir sind jetzt hier bei 11 Minuten Und wir müssen Unsere Mission ist Die Götter haben uns verlassen Mein ganzes Leben habe ich sie geehrt Die Schriften gelesen Und alle Rituale abgehalten Es muss an den anderen liegen Dass so etwas geschehen konnte Schön So mal ganz kurz hier rein Interagieren Hallo Ich äh Hab eine Nachricht bekommen Dass mich hier jemand treffen wollte Ja Hallo 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 Sharma Salsa Gründerin, Leiterin und Besitzerin Der Internationalen Filmgesellschaft von Kürat Sowie der Regisseur- und Schauspielergewerkschaft von Kürat Schön, dich kennenzulernen, Darling Ich freu mich Die Freude ist ganz meinerseits, Dummerchen Man trifft nicht jeden Tag So einen erstaunlichen, jungen Mann Du erinnerst mich an den großen, legendären Ritin in Ritika Pur Einen der besten im küratischen Film Aber das ist lange her Ich mag die küratische Filmszene immer noch Versteh mich nicht falsch Aber die kriegt einfach keine Zuschauer mehr Oder Gelder Go, Bro Da sind die Zuschauer heute Von Klippen springen Mit dem Quad durch den Fluss rasen Epische Abgänge Das machst du eh alles umsonst, oder Susan? Ich will nur Dass du dich bei ein paar Rennen filmst Die ich organisiert habe Ich produziere Wir laden das fertige Produkt hoch Und sehen zu, wie das Geld rein strömt Na also Klar Du wirst ein großer Star Go, Bro Schöner Schöner Parodie auf Oder Ja Schöner Ich weiß gar nicht, wie man das nennt Parodie auf GoPro So Also Wir müssen Da gibt's Oh Nein, Quatsch Ich mach uns kurz hier rüber Okay, so Hier gibt es Eine goldene Pfadmission Ich weiß jetzt gerade nicht Was sind das denn hier? Das ist ein Rothund Ich würde gerne Ein paar Tibetwölfe jagen gehen Äh Damit wir uns endlich hier einen neuen Waffengürtel basteln können Na gut Also Ich würde sagen, wir fahren mal hier los Auf unserem wunderbaren Gefährt Wir fahren Hm Ich würde sagen, wir machen mal hier ganz kurz einen Drachensprung Finde ich Möchte ich gerne mal gemacht haben So Halten zum Einsteigen Achso, okay So lenke ich Nice So, ich müsste mal ganz kurz schauen Wo wir denn hinwollen Wir möchten da hin Ich gehe da einfach mal hin Das wird schon Wird schon schief gehen So Ein wunderschöner Flug gerade Also Es gefällt mir echt gut hier Generell die Far Cry Reihe Kann ich jedem empfehlen Wirklich Es sind geile Spiele Far Cry 1 bis Far Cry 4 gefallen sind mir alle echt gut Far Cry 3 geht es gegen Ende hin So ein bisschen Naja So mit Wars Der ist irgendwann Wars ist ja eigentlich so der Hauptbösewicht Und am Ende ist Der Rest nach Wars Tod Ist eigentlich nur so ein Lückenfüller Aber Wer das Spiel selber noch nicht gespielt hat Den möchte ich da jetzt nicht zu viel spoilern Man wird dann schon sehen Was ich meine Okay Okay Wir gehen mal ein Stück runter Okay Okay Das war ganz schön knapp Und es hat Ziemlich weh getan Aber wir sind da Hier ist wieder Krieg Oder sind das hier bloß die Die Schützen Was haben wir hier Halten zum Öffnen Eine neue Bude Ja Eine neue Bude Cool Ich dachte ich würde dich nie wiedersehen Wer bist du Ach von der Geiselrettung Okay Die Frau von der Geiselrettung Hat uns einen Unterschlupf gewährt Lässt du mich mal bitte hier raus Ach die Tür geht nicht Na gut Nimm ich dir halt die hier Ist ja auch kein Ding Okay Leute Aber ich würde sagen Die Mission hier nehmen wir im nächsten Part an Äh ja Ihr kennt das Spiel ja mittlerweile Und ich sag nur noch Tschau und bis zum nächsten Part von Let's Play Far Cry 4